Jetzt bitte, bitte machen wir selbst mal damit, wie man mitzugucken kann, ja? Nein. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play... Ich hab meinen Text vergessen, sieh mal, mach du weiter. Natürlich kein Let's Play, sondern zu einem Road to Commander. Let's Play. Let's Road to Commander oder so. So, oder wir haben hier der harte Gegner dabei, zum Beispiel Eitroll. Ja, ja. Oder Mr. 1.50. Oder der Typ, der einfach mal übel komisch klingt, wenn er redet. Aka-Ei, Kaiser, Ridi, irgendwas. So, und jetzt werden wir natürlich hier auf Hijacket. Ordentlich die Rettungsboote fliegen lassen. Der war doch mal cool, der Satz. Nein. Schade. Egal. Ich muss mal pissen. Weißt du, dass das Geilste ist? Nee. Dass das Schiff sich nicht bewegt auf dem Meple. Alter. Ja, es steht ja den ganzen Tag da rum. Ja, vielleicht hat es einen Anker ausgeworfen. Ah ja, so wie deine Mama, wenn sie anheizt will. Anker voraus. Sie benutzt noch allerdings Fallschirme. Oh, na boah. Aber wie fährt ihr denn im Auto? Och Gott, ich wollte... Ey, bist ja insn Tod hier. Sie hat immer fünf hinten dran im Rucksack. Alter, wie komisch da das denn bei mir ist. Alter, ich war hinter der Wand und der... Nee, noch gekriegt irgendwas. Ähm, Coca-Cola ist seltsam. Nee, nicht jetzt wegen einem... Okay, was macht er denn? Ist er blöd? Hä, der spielt übel komisch. Achso, nee, den mein ich nicht. Wer ist denn noch da? Nö. Nee, die sind weggezogen. Das ist halt übel komisch aus, wie Coca-Cola mit Geketern. Hä, bei mir genauso. Der hat durch zwei Wände durchgeschossen. Ja, bei mir so Schuss-Schuss und dann so eine ganz ruckartige Bewege. Das sah echt seltsam aus. Direkt doch? Lars und ich haben letztens so ein Video geguckt. Ähm, warte mal. Ähm... Na, für Bio das, weißt du? Ja. Und da haben wir so ein Video geguckt. Wir mussten ja irgendwie die Blutgruppen bestimmen. Ja. Und der hat die ganze Zeit so... Die Krillen da. Die Krillen. Das ist so ganz komisch. Alles macht... Krillen da. Krillen da. So was. Oh, da snipet er da drüben. Oh, ich hab ja nicht... Oh, scheiße. Jetzt hab ich keinen... Ach so, und am Ende hat er gesagt, ja, wenn die Mutter A hat und der Vater B, dann kann das Kind alles haben. Ach Gott. Ja, toll, aber sonst scheiß ihr. Ja, das war auch ganz schöner Scheiß, weil wir das elf Minuten lang gucken mussten. Äh, im Video war denn? Nein, das haben wir zu Hause angeguckt, um die Bio-Horse-Aufgabe zu machen. Und da kam dann... Eigentlich wollten wir, dachten wir so, ja, jetzt kommt, wenn der Vater A hat, die Mutter B, dann muss das Kind A, B oder Null haben oder sowas, weißt du? Ja. Nö, der kam zu dem Schluss, dort können kann man alles haben. Toll, danke, jetzt wissen wir, was da hinkommt. Simon, bitte konzentriert mich mehr aufs Geschehen, ja? Jetzt bitte, bitte machen wir selbst, damit du mitzugucken kannst, ja? Nein. Ich springte jetzt ein bisschen nach vorne, wir sind jetzt der Kilo, Coca-Cola, oh, und der Tod. Mr. 150, you are a little bitch. Ein Todkespray. Bist du tot? Ähm, ja. Oh, ich hab... Oh, ich hab... Eliminierung, hör, chemische Reaktion. Ja, das war eigentlich gedacht, Mann. Denkst du nicht immer an Chemie? Nein. Dann kann die auch mal... Dann kann aus dir auch mal kein Physiker werden. Oh, Gott. Ja, lauf mal zu, you. Oh, yeah. Oh, yeah. Sauber. Das ist befreitend. What a aim, look at this, oh, bam. Fast jeder Schuss getroffen, ne? Warte mal, hier da arbeitet einer. Viper, fresse halten. Oh, Mann, Alter. Grad so viel Bock auf Stress, hier. Ach, jetzt kann ich ja wieder meinen Ton anmachen. So. Coca-Cola. Oh, Mann, hör auf, da durchzuschießen. Nein, no, nein. Och, was war das denn? Och, ja, vom Himmel hier. Dreck, Alter. Wie deine Mutter. Voll aufs Gesicht, ey. So ein Pilz, Alter. Kick den mal. Spaß. Ja, das kann ich auch. Was? Das kann ich auch machen. Ja, kannst du eben nicht. Ja, ach, nee. So, jetzt. Alter, ich hab ne Hunter-Killer-Drohne. Wer ist der Boss? Ich bin ne Boss. Na, komm, komm, jetzt. Töt' auch. Ach, nein, das war nur ne Drohung. Oh, nein. One Kill. Hab ein. Wer jetzt die 4 reingeworfen hatte. Nein, um. Hä, es gibt niemanden mehr. Hat er grad gesagt. Stimmt das auch? Oder nur noch ich? Nur noch ich. Ach so, ich dachte jetzt, die Gegner sind nicht mehr da. Ne. Hä, irgendwie ist hier alles top, Alter. Warte mal, ich brauch grad deine Hilfe. Sag mir, was ich machen soll. Keine Ahnung, nicht setzen. Vielleicht auch setzen? Weiß es nicht. Überleben. Das wär gut. Sind nur zwei Gegner. Komm, die fischen doch weg. Da, da, da. Los, 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 los. Oh, Mann. Na, lass mal nach. Geh zurück. Lauf doch nicht weg. Wo ist er? Komm ran, du Fisch. Hä, warum ist denn alles doppelt immer? Nein, tu's nicht. Okay, doch. Oder nicht? Doch. Du lebst eh nicht mehr so lange. Ich hab's dir gesagt. Oh, hast du dich hingeliebt? Gibt's denn das, ey? Och nein. Guck ihn. Ja, ja. Wunderschön. Hä? Alles sehr... Schade, Mann. Schade, Leute. Tut mir leid. Warum hat er ihn jetzt nicht gekillt? Hä, das waren beide aus einem Team. Ach so. Er ist einfach nur ein Lappen. Ah. Ah, stimmt, was er denn jetzt sagt. Ja, ey, wie auch soll ich ihn noch treffen, ey. Faggot. Er nervt übel. Der soll sich mal verpissen. So. Aber warst du schon wieder vorbei? So, Leute. Dann war's das mal wieder, ne? Nee. Doch. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.